Moin Freunde Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Part 1 ne Part 3 Part 4 3 Part Ja hier und hab ne neue Grafikkarte neuen Prozessor also ich kann alles jetzt besser spielen Och man da hat jetzt jemand gelandet und Michael schreibt mir auch gerade über Whatsapp aber er kann nicht reden er ist müde dafür sehr witzig Och das sind die Luftballons oder? Ja hätte ich es nicht gewusst Freunde ich hab nicht mehr so lange Fortnite gespielt ich muss mich erstmal wieder einspielen also nimmts mir nicht übel Freunde aber weder Michael ist doch ein Fan von Fortnite deshalb will zwar eine Challenge machen wir machen mit ähm nur goldener Waffen aber ne Das wir wenigstens geknöckeln können Oh hinter mir wird angegriffen Also naja nicht hinter mir aber Mein was ist Micha Ja 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 Warte warte michael schreibt mir über wort es ist es was du schreiben wollte es 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 Hehehehe ach nein wir sind im baum modus leute das hätte ich doch gewusst schmeckt mein guter der hat nur skin und der ist besser als ich what the fuck freunde wenn sich dieses format fährt um welcher folgen von machen muss dann will ich mit einem daumen gesehen nach oben ich gucke mich ja ich schreibe freunde guckt mal die qualität ist jetzt viel besser von einer pink wir fahren schon mal weitere warten sie auf weitere spieler wo ist der battle pass bus was für battle pass bus da bin ich besoffen freunde hilfe hilfe heute wir können meinen endrücken ja warte freunde ich habe noch mehr coole tans das ist neu das ist neu das ist neu das ist aber wenn ich nicht mache michael was dann das würde ich mal gerne wissen warum nicht mehr als nehme so aber ich will auch was anderes michael ich will auch einen anderen mit einsatz machen hier nicht das was geschrieben hast jetzt aber wäre das möglich bitte 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 ich glaube ich gebe dir auch was du willst bitte ich habe michael okay er hat sich an das ist gut finde ich gut von meinem kumpel freunde mit normalen hören alles was die alten was die guten schicke hey ich habe keine handboot Nein! Nein! Oh, ey. Junge, hast mich aber schrocken. Junge, du hast mich jetzt erschrocken, Michael. Junge. Man erschreckt mich nicht. Junge, bin ich aber so schrocken zusammen. Ach, komm, ich wollte Team. Der Kleiner. Nein! 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 Bitte! Bitte! Ich kann auch noch lauter als er. Sorry, Freunde, ich bin ein Schwein. Freunde, wir haben nicht so viel Baumaterialien. Die kosten schon. Seht ihr, dass wir jetzt wieder brauchen. Nein! Doch! Oh! Hihihi! Nein, doch! Pyrameter? Nein! Hihihi! Ah! Ah! Ach, Michael! Nein! Das fand ich gerade lustig, Freunde, ich musste lachen. Bitte! Bitte! Nein! Hä? Wer hat da markiert? Ach so! Ach so, ich! Ups! Ich hoffe doch, dein Arm ausgelöst jetzt hier. Wir landen zum zweiten Mal im Dschungel. Nein! Nein! Äh, Freunde. Ja, genau. Perfekt. Hoffentlich kommt niemand mit. Oh! Husch! 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 Verbieste dich! Ich kann gut ziehen, Freunde. Ja, meist. Ja, guck! Schon wieder, habt ihr es gerade sehen. Er kommt davon, wenn du kein... Ey, ich bin kein Baby! 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 Mann, ich bin kein... Mein kleiner! Mein kleiner! Mein kleiner! Micha! Die Kinder werden so groß! Es ist los, wenn er groß... Hihihi! BAM! Headshot! BAM! 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 Sof! BAM! Wasch! Es ist jetzt? Nein! O. BAM! Oh! BAM! BAM! ich habe jetzt nur die nein doch nein doch Oh, verdammt, das habe ich. Ist die besser? Einmal meine Waffe wieder mit. Freude, wir sortieren mal. Nein, doch. Nein, oh, Michael kann nicht mehr reden, Hilfe. Michael sagt, Fortnite ist Schmutz. Und was macht das selber Freunde? Ich bin selber schon vor Ort. Also auch selber vor Ort. Das hat er hoffentlich nicht gehört. Warum ist von hinten? Halt. Händchen bei Gamescom. Was? Domen. Komm, ich vor allem zieht der. Oh, ich dachte meine Aufnahme ist beendet. Oh, Glück habt. Klick zum Unglück, Freunde. Hihihi, würde ich mal sagen. Das macht da eh nicht. Ich würde lachen. Ich würde lachen, Freunde. Oh, wie lange der Bot noch nicht aktiv ist. Was könnte ich noch machen? Oh, verdammt, Freunde. Guck mal, Freunde, wir lassen es schön langs. Wer mitspielen will, muss mich nur erinnern. Schreibe ich dann auch noch mal als Titel nochmal hin. Oder als Video-Beschreibung. Muss ich dann auch bei Video-Beschreibung gucken, Freunde. Lass gleich und ein Abo kommt auf mein neues Discord-Server. Mein Alter wurde gehackt. Von der... Was? Aber kannst du die andere Frage beantworten, bitte? Sei mir nicht so sicher. Michael, soll ich dem Bild schicken, wie ich gewinne? Was ist das? Hä? Was ist das? Ah. Äh. Elektroschocker. Äh. 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 Nein. Hahaha. Ich habe ein But an, Freunde. ich bin doch besser das müssen sie doch mal wissen das sind echte gegner also na ja noch nicht aber kommen bald weil ich level 1 bin sind das wahrscheinlich box hsk wende dieses video sie schreibt mir dann in die kommentare danke die könnte ich muss ja tanzen er hat auch eine goldene ligandäre auch kommen doch dass der der von hinten kam da war der wien haben wir einmal da wirst du sehen ich werde jetzt mit diesem video last line online aber da kommt gerne auf mein discord und ich wünsche euch einen traumhaften tag und tschau 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 tsch Äh, no, nö, Lappen. Um Lappen. Tschüss. 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 Lass deine Augen einen auf oder tschüss.